Willkommen vor den Empfangsgeräten zu dem Teaser des Kunstvereins Familie Montes e.V., dem neuen Podcast vom Kunstverein, aufgenommen unter der Brücke 1 zu 1 und mit vielleicht zu wenig Technik. Worum geht es? Der Kunstverein versammelt seit seiner Gründung Künstler unterschiedlichster Prägung um sich und stellt diese erfolgreich aus. Und das Montes mit Miriam Makel ist eine Erfolgsgeschichte für sich. Für jemanden wie mich, der keinen künstlerischen Hintergrund hat, aber Augen und Ohren und andere Sinne und neugierig dazu ist, bleibt Kunst ein weites Feld. Auf Kunst lässt man sich ein. Trotzdem sind bei mir schon immer Fragen dagewesen, die ich nie gestellt habe. Fehlende Gelegenheit oder schlichtweg ein fehlender Bezug oder zu großer Respekt vor den Werken. Ich habe festgestellt, dass manche Künstler gern über ihre Arbeiten sprechen. Und dann verstehe ich und fühle es. Vor diesem Hintergrund gehe ich in diesem Podcast in das Gespräch mit den Künstlern, die einen Bezug zum Kunstverein Familie Montes haben und stelle Fragen. Manchmal naiv wie Peter Lustig, manchmal hinterfragend wie Inspektor Colombo, dabei immer höflich wie Frank Elstner. Auch ihr könnt Fragen stellen. In diesen Zeiten natürlich nicht direkt. Schreibt sie in die Kommentare, was euch interessiert. Unser erster Gast im Podcast wird Wanda Pratschke sein. Es gibt so viele Fragen. Bleibt gesund, wir hören uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017